Hallo zusammen, ich hier ist wieder Hotchilla und schau euch wieder für euch in Metal 4SJD unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Heute geht es nämlich um die Paragon-Kisten. Ich habe mir wieder fünf Stück zusammengefarmt und ich hoffe, dass ich vor allem aus den neuen das eine oder andere Pad bzw. Essenzen rausbekomme. Und zwar die Rang 4 Legendary Essenzen hätte ich ganz gerne. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Wir haben hier zwei alte dabei, da dürfte jetzt nicht so krasses Zeug rauskommen. Da haben wir Gold und Kriegsressourcen, die sind ganz nett. Aber hier habe ich jetzt keine Items, wo ich sage, die brauche ich unbedingt. Schauen wir mal die zweite hier. Ah, da haben wir zumindest noch Dienstmedialien drin. Und jetzt kommen die interessanteren. Hier haben wir die Vorräte der Ankuana. Und zwar kann da unter anderem noch eine Rang 4 Essenz für den Off-Spec dabei sein. Leider nein. Okay, und jetzt habe ich die zwei aktuellen noch. Und zwar die von den Rajani und die vom Abkommen. Und ich hoffe, dass ich zumindest aus einer einen Pad oder eine Essenz rauskriege. Nix. Bitte, bitte, bitte. Ach, Blizzard. Fünf Kisten, fünf mal nix. Gut, zwei davon waren jetzt... War schon absehbar, dass nichts Gutes drin ist. Aber hier bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Vor allem die Pads wären halt jetzt noch über 100k Gold wert. Ich als Sammler würde sie natürlich selbst behalten. Aber trotzdem, wenn man die natürlich dann öfter kriegen würde, könnte man auch noch einen Haufen Gold machen. Gut, an der Stelle hatte ich natürlich wieder kein Glück. Schreibt mir die gerne mal in den Kommentaren, ob ihr schon eins von den neuen Pads oder von den Essenzen rausgezogen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.